Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Cartridge Massaker. Der Chat hat entschieden und es gibt... BioFreaks. Ach, wieder ein Prügelspiel, das ich nicht so richtig kann. Von Midway, von Immortal Kombat machen. Wir werden sehen. Ja, das müsste auch eine UK-Paul sein. Welcome to Neo-America, Citizen. Rundtime mag niemand. So, wen nehmen wir denn? Bullseye, Delta, Purge, Minatec, Zipperhead, Sab... Sabo? Keine Ahnung. Cyclone. Sabotage. Sabotage. Sieht ja wenigstens noch irgendwo nach Mensch aus, ey. Sieht ja wenigstens zohn. Sieht ja wenigstens zä clock. Zitzen weinen, dass sie geht? Das braucht Energie. Sieht ja wenigstens. 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 xo moves oje warum könnt ihr warum es immer right kick right punch und so weiter oder was auch immer 4 punch oder was auch immer da reinpacken anstatt die fucking buttons da rein zu schreiben und back to block ich finde es lustig dass auch niedrigsten schwierigkeitsgrad ist und ich habe aber so umgetreten worden bin charge Das nennt er auch komplett nicht einer der Kommandos Oh wow Javelin Toss Ich glaube ich habe ihm irgendein Körperteil entfernt Irgendwie Von den Machern von Mortal Kombat Also müssen auch die Körperteile fliegen Von den Schilds Sanitize, please weil der knarre winselweich I don't know what I'm doing, I'm doing it now so attack from behind, press any button Ich will hier da hinten in die Suppe reinschlagen, verdammte Axt Dann dreht's die Kamera, was soll das denn? So richtig stiff wenn du nach rechts oder links gehst, ist nicht einfach nur so ein Schritt, sondern es ist halt wirklich so 2-3 Meter, die dir auf Saktiki hin Ein paar neue Piercings Ich denke mal, das Spiel kann da bestimmt ein paar lustige Moves oder sowas Ich glaube, die haben schon gekämpft, so viele Nückel wie die mir im Bauch stecken Da hast du noch ein paar Ich hab mir gerade in einen Arm abgeschossen Mit der 11, was hab ich denn jetzt vor dem umgenatzt? Battle to fight Oh fuck Oh come on! So weit zu Infinite Continuous Ist der denn ein Raketenorgel auf dem Buckel? WTF? Objet Buckel 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 Das Truss-Button-to-Fly. Ich kann sagen, jetzt kommt von ihm irgendein schneller Schlag und das war's. Warum ist diese fucking Maschine schneller als ich? Alter, der Cloud ist so träge, das glaubst du gar nicht. Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Ich bin der Fall, ich bin der Fall. LOL Wie viel Damage macht er denn mit seinen dummen Schüssen? Warum machen meinen nicht so viel Damage? Die Untertitelung des ZDF, 2020 Und so einen Schuss ab und, äh, yo, fuck you. Okay, da kannst du dich schon mal aussuchen, einen Song zwischen 1 und 282. Ich weiß ja, der Chat kann es auch, sollte noch jemand nicht im Lurk sein. You're so scary. Battle to fight. Okay, was auch immer ich jetzt gerade gemacht habe, hat auf jeden Fall irgendwie funktioniert. Battle to fight. Battle to fight. Battle to fight. Battle to fight. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. und dann macht es einfach überhaupt keinen schaden Irgendwenn die Lava wenigstens mal die Beine wegfretzen würde oder sowas oh 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 aber jab ja 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 Ich kann erst mal wieder buffen. DELTA DELTA Battle to Fight Soll ich wirklich irgendwelche Kombos machen oder sowas? Wie er sich freut, ist das nicht niedlich? Die Lava geht, aber die grüne Suppe kannst du niemanden reinhauen, na danke Kann man ja nicht zwei super schwere Computer mal gegeneinander kämpfen lassen, dass man mal so ein richtiges Attackengewitter sieht, was sie so können? I only play BATTLE ONE FIGHT 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 Freaks für das N64 von Midway in Mortal Kombat machen und alter was der Scheiße Mortal Kombat finde ich ja schon unterirdisch und ja also das ist, ne muss man nicht haben, war zum Glück auch ein relativ günstiger Grab aber ja, wenn euch das Video gefallen hat lasst mir ein Däumchen da, wenn ihr irgendwelche Tipps und Tricks habt für das Spiel, schreibt es mal in die Kommentare oder schreibt überhaupt Kommentare, da freut sich jeder drüber der Videoschaffend ist, wenn ihr mehr sind wollt, wisst ihr wo der Abo-Button ist und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, ich bin Katka ich bin spontan von der Rolle Haut rein Bis zum nächsten Mal an! Untertitelung des ZDF für funk, 2017